Verschneite Gipfel, knirschender Schnee und dazu die sportliche Herausforderung. Skitouren boomen. Allerdings fordern sie in der Schweiz pro Jahr rund 20 Menschenleben. Die größte Gefahr? Lawinen. Kenntnisse in Lawinenkunde sind für Skitouren unbedingt nötig, um das Risiko zu reduzieren. BFU-Expertin Monique Walter fasst die wichtigsten Tipps zusammen. Tipp Nummer 1. Sich in Lawinenkunde ausbilden und sich einer lawinenkundigen Leitung anschließen. Denn Kenntnisse und Erfahrungen sind lebenswichtig. Tipp Nummer 2. Lawinengefahr, Wetter- und Schneeverhältnisse prüfen. Geeignete Routen mit tiefem Risiko auswählen. Zum Beispiel mit Hilfe von skitourenguru.ch. Tipp Nummer 3. Für den Ernstfall, Handy und Notfallausrüstung mitnehmen. Das heißt lawinenverschütteten Suchgerät, Sonde, Schaufel und allenfalls einen Lawinen-Airbag. Auch wichtig, den Umgang mit der Ausrüstung regelmäßig üben. Mehr Tipps auf bfu.ch.